In einer sensationellen Wendung, die Schockfällen durch das britische Establishment ausgelöst hat, verhafteten Sicherheitsbeamte des MI6 während der Trooping-Dekaler-Zeremonie am 8. Juni 2024 einen Mann vor dem Kensington Palace. Es wurde festgestellt, dass der Mann, der angeblich von Meghan Markle angeheuert wurde, im Besitz eines gefälschten Visums für London war, was einen Sturm der Kontroversen und Spekulationen auslöste. Die Verhaftung fand inmitten des Bronx und Bronx von Trooping-Dekaler statt, einer jährlichen Veranstaltung zur Feier des offiziellen Geburtstags des britischen Herrschers. Das Spektakel, an dem die königliche Familie und tausende von Zuschauern teilnahmen, nahm eine düsterere Wendung, als MI6-Agenten den Verdächtigen in der Nähe des Kensington Palace angriffen. Quellen aus dem Geheimdienst zufolge trug der Mann, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, hochentwickelt die Überwachungsausrüstung und falsche Dokumente bei sich. Die Anwesenheit des Verdächtigen so nahe an der Residenz hochrangiger Mitglieder des Königshauses, darunter des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hat zu ernsthaften Sicherheitsbedenken geführt. Das brisanteste Element dieses sich entfaltenden Dramas ist die angebliche Beteiligung von Meghan Markle, der Herzogin von Sussex. Quellen behaupten, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen angeheuerten Agenten handelte, dessen Aufgabe es war, Informationen über die königliche Familie zu sammeln. Die Motive hinter dieser mutmaßlichen Spionage bleiben unklar, aber die Auswirkungen sind erschreckend. Meghan Markle ist seit langem eine polarisierende Figur in der britischen Öffentlichkeit und den Medien. Ihr angespanntes Verhältnis zur königlichen Familie Sowija und Prinz Harrys öffentlichkeitswirksamer Rücktritt von den königlichen Pflichten haben zu endlosen Spekulationen und Kontroversen geführt. Diese neueste Entwicklung droht die Kluft zu vertiefen und ihren ohnehin umstrittenen Ruf zu schädigen. Die Nachricht von der Verhaftung löste eine Mischung aus Unglauben und Empörung aus. Königliche Kommentatoren und Sicherheitsexperten verurteilten den mutmaßlichen Spionageversuch umgehend. Dies ist ein beispielloser Verstoß gegen die königliche Sicherheit, sagte der ehemalige Mi-5-Offizier Charles M. Sequin. Wenn die Anschuldigungen wahr sind, stellt dies eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit und Privatsphäre der königlichen Familie dar. Auch die öffentliche Stimmung war schnell und unnachgiebig. Die Social-Media-Plattformen, insbesondere jene, die von königlichen Beobachtern und Kritikern von Meghan Markle frequentiert werden, explodierten mit Reaktionen. Die rechtlichen Konsequenzen dieses Vorfalls sind möglicherweise schwerwiegend. Der Verdächtige wird wegen Spionage und Einwanderungsbetrugs angeklagt und könnte im Falle einer Verurteilung mit einer langen Haftstrafe rechnen. Besorgniserregender sind jedoch die diplomatischen Auswirkungen. Die Beteiligung einer hochrangigen amerikanischen Persönlichkeit an einem Sicherheitsverstoß auf britischem Boden könnte die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA belasten. Mittlerweile gaben die Vertreter von Meghan Markle eine Erklärung ab, in der sie jegliche Beteiligung bestritten. Diese Anschuldigungen sind unbegründet und diffamierend. Die Herzogin von Sussex hat keine Verbindung zu dieser Person und verurteilt alle Handlungen, die die Sicherheit der königlichen Familie gefährden. Angesichts ihrer umstrittenen Vergangenheit gegenüber der britischen Presse und der Öffentlichkeit bleiben viele jedoch skeptisch gegenüber ihrem Dementi. Kritiker argumentieren, dass dieser Vorfall, unabhängig davon, ob er direkt mit Meghan zusammenhängt oder nicht, das Vertrauen der Öffentlichkeit weiter untergraben und die bestehenden Spaltungen innerhalb der königlichen Familie vertiefen wird. Dieser Skandal kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt für die Monarchie. Da sich die Regierungszeit von König Karl III. noch in einem frühen Stadium befindet, muss die Institution zahlreiche Herausforderungen meistern, von der Modernisierung ihres Images bis hin zur Bewältigung der anhaltenden öffentlichen Kontrolle. Ein angeblicher Spionage-Komplott, insbesondere im Zusammenhang mit einem ehemaligen hochrangigen Mitglied des Königshauses, fügt eine ohnehin schon komplexe Situation an der stabilisierenden Elemente hinzu. Darüber hinaus könnte dieser Vorfall nachhaltige Auswirkungen auf die königlichen Sicherheitsprotokolle haben. Der Verstoß zeigt potenzielle Schwachstellen auf und kann zu einer umfassenden Überprüfung der Art und Weise führen, wie die königliche Familie bei hochkarätigen Ereignissen geschützt wird.